Willkommen zur 25. und damit finalen Folge der Lockdown News. Heute geht es erstens um die Scheinalternative der Grünen und ihrer Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, zweitens um den Schuldspruch gegen den Mörder von George Floyd und drittens darum, wie Amazon wegen der Profite den Infektionsschutz in seinen Werken verunmöglicht. Zuletzt wollen wir euch noch verraten, wie es bei Perspektive videomäßig weitergeht. Los geht's mit einer Einschätzung der Grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Während CDU und CSU sich in der Kanzlerfrage in der vergangenen Woche selbst demontiert haben, haben die Grünen mit perfektem Timing ihre Kandidatin bestimmt, Annalena Baerbock. Im Fußball würde man sagen, die Grünen mussten den Ball eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben. So dankbar war die Steilvorlage, die CDU und CSU mit ihrem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur geliefert haben. Während die Stimmen lauter wurden, Söder und Laschet sollten sich auf ihre Verantwortung für das Land besinnen, das ja immer noch mitten in der Pandemie und Krise steckte, nominierten die Grünen ihre Kanzlerkandidatin auf ganz andere Art und Weise, geräuschlos, freundschaftlich, von einem Konflikt zwischen Baerbock und der Alternative Robert Habeck nichts zu spüren. Nun soll es also Annalena Baerbock werden und die Herzen der Reichen und Mächtigen hat sie offenbar schon gewonnen. Im sogenannten Entscheider-Panel der Wirtschaftswoche schafft Baerbock es mit 26,5% auf Platz 1. 32,5% gaben jedoch noch Weißnicht an. Sicher, wer in diesem Land an der Spitze der Nahrungskette steht und als Aktionärin oder Managerin im Luxus schwelgt, hat ganz natürlicherweise ein Interesse an einer Kanzlerin oder einem Kanzler, dessen Person nicht schon vor der Wahl demontiert ist, wie zum Beispiel die von Armin Laschet, auch ohne großer Fan der Grünen zu sein. Wer aber glaubt, Baerbock sei für die Herrschenden in diesem Land nur das kleinere Übel, unterschätzt sie massiv. Sie ist eine sehr ernstzunehmende kapitalistische Politikerin, wahrscheinlich ernster zu nehmen als ihr parteiinterner Konkurrent, der gelernte Philosoph Robert Habeck. Die Grünen werden ihren, zumindest imagemäßig immer noch wichtigsten Programmpunkt, die Umwelt, sicherlich sowohl im Wahlkampf als auch in der Regierung in den Vordergrund stellen. Dass es dazu kommen wird, kann bei den momentanen Umfragewerten wohl als nahezu sicher angenommen werden. Schwarz-Grün, also CDU und Grüne, eine Ampelkoalition aus Grünen, FDP und CDU und selbst das eigentlich schon ausgeschlossene Rot-Rot-Grün, ohne die Baerbock-Partei wird momentan und auch in Zukunft erstmal nichts gehen. Der den Grünen immer noch anhaftende Ruf, eine in irgendeiner Art und Weise linke Kraft zu sein, ist dabei absolut unverdient. Die schwarz-grüne Bundesregierung in Österreich oder die Landesregierung von Hessen und Baden-Württemberg gelten als Vorbilder für eine mögliche schwarz-grüne Bundesregierung in Deutschland. Und sie zeigen auch schon ganz gut, wohin die Reise gehen soll. Extrem industriefreundliche Politik, weitere Aushöhlung des Asylrechts, weitere Abschiebungen und rückschrittliche Polizeigesetze. Gerade bei der Einschränkung unserer Grundrechte in der Pandemie hat man bei so manchem Vorschluss der Grünen den Eindruck, sie hätten die CDU und CSU rechts überholt. Das gilt auch für andere Bereiche, so profilieren sich die grünen PolitikerInnen immer wieder als besondere Scharfmacher in außenpolitischen Fragen. Im Durchschnitt fahren sie eine deutlich konfrontativere und klarere Haltung gegen die imperialistischen Konkurrenten Russland und China. Als niedrigstes Beispiel kann hier wohl die geopolitisch motivierte Blockade von Kaufverhandlungen mit Russland über den Impfstoff Sputnik V in Berlin gelten, wo sich insbesondere die Grünen querstellten. Auch Baerbock ordnet sich hier ein. Sie erklärte Ende letzten Jahres offen für Diskussionen über höhere Militärausgaben zu sein und betonte, Deutschland müssen seine Friedensrolle in der Welt ernster nehmen. Konkret schlug sie robuste europäische Militäreinsätze gemeinsam mit Frankreich vor. Robust ist das Schönsprechwort für tödlich. Insgesamt ist klar, dass die grüne Modernisierung Deutschlands für uns nichts Gutes bedeuten kann. Erneuerbare Energien werden gefördert, weil sie geopolitisch eine Notwendigkeit sind, wenn Deutschland politisch autonom agieren will. Die Kosten dafür werden aber nicht die Umweltverbrecher der letzten Jahrzehnte wie VW oder Bayer tragen. Sie werden weiterhin auf die ArbeiterInnen in diesem Land über diverse Konsumentensteuern abgewälzt, wie es die momentane Bundesregierung bereits begonnen hat. Wer glaubt, eine rot-rot-grüne Bundesregierung sei eine wünschenswerte Option für uns, sollte sich vor Augen führen, dass ihre Kanzlerin fast sicher eine grüne sein wird. Und grün ist politisch gesehen das neue Schwarz. Kommen wir nun zur zweiten Nachricht. In der vergangenen Woche wurde das Urteil im Mordprozess gegen Derek Chauvin, dem Polizisten und Mörder von George Floyd, gefällt. Schuldig in allen drei Anklagepunkten. Chauvin drohen nun bis zu mehrere Jahrzehnte Haft, nachdem er im vergangenen Mai mehr als neun Minuten auf dem Genick des schwarzen George Floyd kniete und damit dessen Tod verursachte. Am vergangenen Dienstag haben nun die Geschworenen in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota das Urteil gefällt. Dabei kamen die zwölf Geschworenen bereits unerwartet schnell nach zehn Stunden Beratung zu einem Entschluss. Sie urteilten, dass der Beklagte sich des Mordes zweiten Grades ohne Vorsatz schuldig gemacht hat. Zusätzlich wurde der ehemalige Polizist auch in den anderen zwei Anklagepunkten Mord dritten Grades und Totschlag zweiten Grades schuldig gesprochen. Wenn man das Urteil insgesamt mit dem deutschen Recht vergleicht, entspricht das ungefähr einem Urteil für Totschlag. Noch steht allerdings nicht fest, wie lange der 45-Jährige ins Gefängnis muss. Das wird erst in ein paar Wochen verkündet. Chauvin ist nicht vorbestraft und wird daher vermutlich nicht die maximale Strafe für alle drei Straftatbestände absitzen müssen. Außerdem steht ihm die Möglichkeit offen, in Berufung zu gehen. Vor dem Gerichtsgebäude Minneapolis hatten sich hunderte Black Lives Matter AktivistInnen versammelt. Für viele war es bis zum letzten Moment nicht klar, wie das Gericht urteilen würde. Staatsanwaltschaft und Verteidigung befragten rund zwei Wochen lang Sachverständige. Etliche ZeugInnen bestätigten, dass George Floyd an Sauerstoffmangel, verursacht durch Chauvins Knie, auf seinem Genick starb. Im Gegensatz dazu behaupteten die Verteidiger, Floyd sei an einem vorherigen Herz leiden und Drogen verstorben. Die Menschen, die das Gerichtsverfahren kritisch beobachteten, warnten davor, sich mit dem Urteil zufrieden zu geben. Das Urteil sei zu begrüßen, allerdings seien auch in diesem Jahr schon wieder über 200 Menschen in den USA durch Polizeischüsse getötet worden. Auch entschuldigte die Verurteilung von Chauvin nicht die vielen unaufgeklärten Fälle und Morde. Seit 2015 sind in den USA rund 5.950 Menschen von der Polizei erschossen worden. In kaum einem dieser Fälle kam es zu Verhandlungen, geschweige denn zu urteilen. Dass es in diesem Polizistenmord zu einem Urteil kam, ist nicht etwa einem Solideswandel innerhalb der Justiz zu verdanken. Wochenlang haben Menschen in Minneapolis einen Ausnahmezustand aufrechterhalten. Sie haben Polizeikräfte von den Straßen zurückgedrängt und mehrere Tage und Nächte lang bewiesen, dass sie ihre Forderungen mit Nachdruck durchsetzen werden. Von dort ausgehend haben sich auch gewalttätige Aufstände über das ganze Land verbreitet. Und man kann festhalten, erst die Bilder von angezündeten Polizeigebäuden und der Einsatz der Nationalgarde gegen kämpfende Demonstrierende hat zu einer weltweiten Protestbewegung geführt. Ihre Wut und ihr Widerstand haben den Unterschied bedeutet zwischen einem weiteren rassistischen Mord, in dem der Mörder ohne Konsequenzen weiterlebt und diesem Fall, der weltweit Proteste befeuert hat und zu einer Verurteilung führte. Das Urteil hat bewiesen, dass nur der massenhafte Widerstand und Druck von außen zu Gerechtigkeit in einem ungerechten Justizsystem führen kann. Das Urteil für die drei weiteren beteiligten Polizisten steht derweil noch aus. Ihr separates Verfahren beginnt am 23. August. Ihnen wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Zuletzt noch zur dritten Nachricht. Ein Beispiel, wie große Konzerne mit ihren Profitstäben die Pandemie verlängern und wie die Politik einfach nur zuschaut. Wie diese Woche bekannt wurde, soll nämlich in einem Amazon-Lager in Winsen, südöstlich von Hamburg, ein Aushang darauf hingewiesen haben, dass nur noch OP-Masken getragen werden dürften. Die weitaus besser schützenden FFP2-Masken waren rot durchgestrichen. Grund für die Arbeitsanweisung sei laut Amazon eine von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung ausgesprochene Empfehlung. Demnach dürften FFP2-Masken maximal zwei Stunden bei harter körperlicher Arbeit getragen werden. Danach muss den ArbeiterInnen eine 30-minütige Maskenfreizeit eingeräumt werden. Diese zusätzliche Pausenzeit will Amazon aber nicht allgemein dulden, da wahrscheinlich die auf Effizienz getrimmte interne Arbeitsorganisation durcheinandergeworfen werden wird. Für die OP-Masken, die von Amazon täglich bereitgestellt werden würden, sei laut Amazon keine zusätzliche Pausenzeit notwendig. Sollten aber Pausen in Anspruch genommen werden, um sich vom Tragen der Maske zu erholen, so werden diese vom Überstundenkonto abgezogen und unbezahlt verrechnet. Laut verschiedenen Gewerkschaften und EinzelhandelsvertreterInnen ist das nur ein Beispiel von vielen. So würde auch in anderen Branchen das Tragen von FFP2-Masken ungern gesehen, da dies durch die notwendigen Pausenzeiten zu höheren Kosten führen würde. Demnach sei der Fall bei Amazon nun die Spitze des Eisbergs. Hintergrund davon ist auch, dass die Arbeitsschutzverordnung vom Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil von der SPD bisher keine generelle FFP2-Pflicht am Arbeitsplatz vorsieht. Wenn Abstände und Belüftung eingehalten werden könnten und eine Aerosolübertragung ausgeschlossen ist, ist, sei auch das Arbeiten gänzlich ohne Maske möglich, so das Ministerium. Wozu das praktisch führt, sieht man immer wieder. Ende Dezember kam es zum Beispiel zu Corona-Massenausbrüchen in zwei Amazon-Verteilwerken. Auch gegen den fehlenden Infektionsschutz bei Amazon kam es immer wieder zu Streikaktionen von Seiten der Gewerkschaften. Das war es für heute mit den Lockdown-News und wir sind damit auch bei der letzten Folge in diesem Format angelangt. Auch wenn der Lockdown weitergeht, wollen wir als Perspektive Online die gemachten Erfahrungen der letzten 25 Folgen nun erst einmal in Ruhe auswerten. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt, zum Beispiel mit einem kurzen Kommentar bei Social Media oder einer Mail, was ihr gut fandet, was beibehalten werden soll und was ihr für Anregungen zur Weiterentwicklung habt. Bald wollen wir dann mit frischen Ideen, frischer Energie und einem neuen Format an den Start gehen. Ihr könnt gespannt sein. Wir sehen uns also sicherlich wieder. Bis dahin könnt ihr natürlich weiter auf unserer Website auf dem aktuellsten Stand bleiben. Am besten abonniert ihr dafür sogar unseren Newsletter bei Telegram oder WhatsApp. Also, bis bald und macht's gut!